Ja, ich rauche mich jetzt gesund und trinke auch und esse. Wirkt erst einmal komisch, aber ich will ja nicht daran sterben, dass ich clean werde. Das vielleicht auch nicht. Ja, an sich sollte ich mir noch einen Raucherfuß zulegen, weil es gelten muss in der Gesellschaft. Ja, als Werbezwecke natürlich. Wie man auch allgemein ein Loser sein muss, wenn man es nicht einsieht. Dann muss man es natürlich der Gesellschaft zeigen, so geht es natürlich nicht. Ja. Ja.